hallo linda auch hallo menschheitsfamilie ich freue mich riesig dass ihr da seid es ist heute schon immer als das wort nazis gefallen und dazu möchte ich euch gleich etwas vorlesen bitte schaut auf meine linke hand solange ich diese linke hand hebe geht es um einen bedeutsamen inhalt bitte schaut auf die linke hand diese worte nazis rechte extremisten sind über jahre hinweg stets als schmähetikett willkürlich auf alle bürger angewandt worden die der macht ohne rücksicht auf ihre politische gesinnung aus welchen gründen auch immer unbequem geworden sind seiner hat es erwähnt dass die strafverfolgungsbehörden einige verfahren gegen mich angestrengt haben ich will das nicht alles jetzt hier thematisieren nur eins möchte ich euch sagen und wieder hebe ich die linke hand die anklage wirft mir meine meinungsäußerungen vor als bürger dem daran liegt dass sich unser land in frieden und ruhe entwickeln kann glaube ich fest daran dass auch die staatsmacht endlich aus dem was geschehen ist lehren ziehen wird dass sie einen würdigen dialog mit allen teilen der gesellschaft beginnen wird ich glaube dass sie niemanden von diesem dialog dadurch ausschließen kann indem sie ihn als nazi delegitimierer des staates volksverhetzer verleumder oder rechter beschimpft und jetzt kommt die überraschung ihr lieben wisst ihr was das war solange ich die hand gehoben habe es war ein wörtliches zitat und zwar habe ich nur einige worte geändert da wo es um nazis und delegitimierer und so weiter ging habe ich nur einige worte geändert jetzt haltet euch fest wer diese worte gesagt hat es war am 21 februar 1989 in prague in der hauptstadt heimlichen hauptstadt mitteleuropas dort stand vor einem gericht wegen meinungsdelikt herr batzlaff habe wir verneigen uns vor ihnen wir stehen in ihrer tradition sie haben es versucht am ersten am 29 august 2020 im august 2021 in berlin was wollten sie uns verbieten und sie haben polizeigewalt eingesetzt um ihr verbot durchzusetzen sie wollten uns verbieten gegen diese faschistischen korona maßnahmen zu demonstrieren und was haben sie geerntet wir haben umso mehr demonstriert wir haben im ganzen land demonstriert wir sind zum teil von der straße nicht mehr heruntergekommen und am ende mussten sie ihr projekt dem impfzwang für deutschland zu grabe tragen krachen sind sie gescheitert am 7 april 2022 und ihr habt dazu beigetragen und genau so kommt es mit den anderen punkten es war nämlich am 15 januar 2022 da hat ein redner in radensburg stellung bezogen zu der impfs zu der sogenannten impfspritze und er hat einen bezug hergestellt zu dem was damals damals in jenen zwölf jahren der nationalsozialistischen herrschaft geschehen ist und für diesen bezug in seiner rede in der zweimal von schrecklichen ns verbrechen sprach zweimal für diesen bezug ist er vom amtsgericht ravensburg verurteilt worden und das war schweres unrecht und das wird aufgearbeitet und dafür gibt es eine zweite instanz und da werden wir sehen wo der bartel den most holt dann kommt der 14 mai 2022 in hannover auch dort ist ein redner daran gehindert worden ich weiß gar nicht wann das in der gesamten geschichte der bundesrepublik vorher jemals der fall gewesen wäre ist ein redner daran gehindert worden grundgesetzwidrig seine rede überhaupt zu beenden sie haben ihn mitten in der rede von der bin herunter geholt und haben damit dann also er hat dagegen der redner hat dagegen einen strafantrag gestellt der wurde abgeschmettert von derselben staatsanwaltschaft die zwei monate später ihm einen strafbefehl geschickt hat wegen angeblicher rechtfertigung billigung eines angriffskrieges 100 kriege hat die nato geführt angriffskriege völkerrechtswidrige kriege geführt in die allein im 20 jahrhundert und da kommt einer und er kritisiert einmal die nato und plötzlich soll das eine rechtfertigung der anderen seite sein ja ist das sind wir baller baller oder was und dann kommt der 15 10 2024 also das ist vor ein paar wochen gewesen und da hat jemand ein schild und auf dem schild steht drauf kein missbrauch der polizei durch regierungsraschisten ja und dabei ist etwas passiert mit dem wir uns jetzt kurz beschäftigen wir beschäftigen uns damit im spiegel eines artikels der in einer in einer konzern medien in einem konzern medium veröffentlicht wurde dieser artikel der arbeitete das auf was dort geschehen ist am 5 oktober 2024 in eichach und wir gehen den artikel kurz durch da heißt es zitat der zwischenfall auf der solidaritätskundgebung also allein das wort zwischenfall zeigt schon dass der verfasser dieses artikels das ganze runterstufen will dann schreibt der zitat die polizei nahm dort für kurze zeit daniel langhans im gewahrsam zitat ende wenn man den satz liest dann hat man den eindruck naja das war ja nur für kurze zeit oder und das war ja nur ein gewahrsam und das war ja nichts schlimmes diesen eindruck hat man aber wenn es dafür keine rechtliche grundlage gibt dann handelt es sich um freiheitsberaubung im amt durch diese polizeieinsatzkräfte und jetzt möchte ich mal eine frage stellen an den verfasser dieser zeilen aber auch darüber hinaus an alle journalisten die diesen staats oder konzern medien nach wie vor ihrem gehorsam leisten möchtet ihr in einem land leben in dem ihr jederzeit ohne angabe von gründen in polizei gewahrsam genommen werden könnt möchtet ihr in einem solchen land leben ich denke nicht die gleiche frage könnte ich an die gegen demonstranten stellen und jetzt stelle ich die frage an euch möchtet ihr in einem solchen land leben dann ging es weiter in dem artikel da heißt es das geht immer in solchen artikeln wo mein name aktuell erwähnt wird da kommt dann spätestens im dritten satz dieses wort das in deutschland schlimmer wirkt als die schlimmste aller straftaten zitat der ist ein überregional bekannter kopf der sogenannten querdenker szene und wurde bereits wegen volksverhetzung zu einer geldstrafe verurteilt zitat ende was ist die wirkung was ist die wahrnehmung des lesers ach das ist so ein halber krimineller und volksverhetzer ist der auch also was ganz böses also das ist die wirkung die diese journalisten durch diese sätze erzeugen das entscheidende hat er weggelassen dass nämlich dieses urteil gar nicht rechtskräftig ist und dass solange ein urteil nicht rechtskräftig ist was gilt die unschulds vermutung und jetzt möchte ich auch wieder die journalisten aber ich nehme es die polizisten dazu ich nehme auch die staatsanwälte dazu ich nehme die richter dazu möchtet ihr in einem land leben in dem durch medien menschen an den rand der gesellschaft gedrängt werden obwohl ihnen im strafrechtlichen sinne null vorwurf gemacht werden kann weil dieses urteil gar nicht rechtskräftig ist wollt ihr in einem solchen staat leben wollt ihr in einem land leben wo man menschen veracht verächtlich in medien behandeln kann ohne dass das seinerseits strafrechtlich verurteilt wird machen wir weiter der nächste der nächste absatz der gesamte vorfall zitat sei der staatsanwaltschaft übergeben worden zitat ende teilte michael jakob leiter der polizeiinspektion eichach auf anfrage unserer redaktion mit jetzt zitat ende also folgendes was ist daran wichtig an diesem satz glaubt ihr wirklich glaubt hier auf dem platz jemand dass die polizei diesen vorfall an die staatsanwaltschaft übergeben hat oder glaubt ihr dass es eher umgekehrt war dass die staatsanwaltschaft die polizei angewiesen hat gegen diesen teilnehmer an der demonstration auf diese weise vorzugehen so wird nämlich ein schuh draus und das ganze hängt zusammen mit einem krebs geschwür so hat es der bedeutende journalist heribert pantel genannt einem krebs geschwür der deutschen demokratie nämlich die weisungsabhängigkeit der staatsanwaltschaft die bekommen ihre befehle aus der politik und setzen sie wie wie hunde einen befehl sklavisch um und damit muss schluss sein ich möchte nicht in einem land länger leben in dem es keine wirkliche waltenteilung gibt oder wollt ihr das dann wird hier gesagt zitat er wiederholte mehrmals zitat jetzt von mir diese regierung sind faschisten das ist meine meinung zitat ende was hier in dem artikel nicht erwähnt wird ist dass die meinungsäußerung durch das grundgesetz auf höchstmögliche weise geschützt ist ich habe jetzt ein urteil des bundesverfassungsgerichts aus dem jahr 2016 gefunden und da steht drin dass jede meinungsäußerung auch eine hochemotionale meinungsäußerung durch diesen artikel 5 absatz 1 grundgesetz gedeckt ist das ist es was eigentlich die zeitung zu berichten die aufgabe hätte sie stellen den betroffenen da als sei er der übeltäter und so wird ein wahrnehmungsmanagement erzeugt merkt ihr wie hier die medien und die politik und die justiz miteinander hand in hand arbeiten wie nennt man ein solches system wo politik und medien und justiz miteinander hand in hand arbeiten um ihre ziele der bevölkerung aufzupressen nennt man das demokratie oder nennt man das faschismus man nennt es faschismus und wir sind genau deshalb hier weil wir ein faschistisches system nicht wollen und wieder geht meine frage an jeden einzelnen polizisten danke wieder geht meine frage an jeden einzelnen polizisten ihr seid ja fast fast immer in eurem leben normale menschen also nicht polizisten möchtet ihr möchtet ihr in einem system leben in dem die politik in dem da oben die regierung festlegt was ihr zu tun wie ihr zu denken wie ihr euch zu kleiden wie ihr welche gesundheitlichen maßnahmen hier zu ergreifen habt möchtet ihr in einem solchen system leben und ich stelle die frage jetzt an euch möchtet ihr in einem solchen system leben weiter in dem artikel jetzt geht es noch mal ganz heiß zu zitat er sei gestoßen worden behauptet der querdenker querdenker zitat ende jetzt müsst ihr folgendes wissen die menschen die haben jetzt viereinhalb jahre den begriff querdenker immer in einer reihe genannt bekommen nazi rechte extremisten und so weiter und jetzt lesen die menschen an der stelle das wort querdenker was passiert bei denen im kopf oder im bauch da fallen ja diese emotionalen entscheidung auch der kann viel behaupten der querdenker das ist die wirkung dieses satzes spüren und jetzt schauen wir uns mal an was da in dem video zu sehen ist in dem video sieht man das kann man gar nicht abstreiten das ist objektiv wie ein polizist von hinten auf mich zukommt ohne dass ich das gemerkt habe nimmt beide hände und stößt mich zu boden das genau zu berichten wäre die pflicht eines mediums das sich zeitung nennt oder stattdessen haben sie diese objektive tatsache abgestritten und jetzt frage ich noch mal die journalisten merkt ihr ich versuche heute ein wenig weniger teurige rede zu halten als sonst ich möchte wirklich mal fragen ihr journalisten wollt ihr wirklich in einem solchen land leben in dem von zeitungen ganz offiziell die unwahrheit berichtet wird wollt ihr solche medien haben findet ihr das richtig seht ihr und ich glaube das gilt auch für viele anderen menschen man sah ja das sieht man auch auf den videos die es gibt von dem vorfall die gesichter auch der polizisten wenn man sich diese gesichter anschaut wenn man ein bisschen was ich bin ja kommunikationstrainer von gestik von mimik von körpersprache versteht die haben sich zu 80 prozent sehr sehr unwohl gefühlt in dem moment wer weiß wer von denen gedacht hat in dem moment wo bin ich hier für was für ein scheiß werde ich hierher genommen ja ihr lieben ich möchte nicht in einem deutschland leben das dadurch gekennzeichnet ist dass zu jedem zeitpunkt auf der straße ein polizist auf einen menschen zukommen kann und sagt du kommst jetzt mit und wenn der mensch dann sagt warum sagt der polizist nichts so war das in eichach er sagt nicht den grund sondern sagt nur du musst jetzt mitkommen wollt ihr in einem deutschland leben in dem ihr jederzeit von polizeikräften von der straße weggeholt werden können und mitgeschleppt werden können ihr polizisten ihr seid ja fast überall nicht polizisten wollt ihr in einer situation leben wo man euch wo andere polizisten euch in ausübung ihres amtes jederzeit von der straße pflücken können ohne angaben von gründen wollt ihr das seht ihr jetzt wisst ihr warum ich dieses schild hier vorne trage und wenn wir mit so einer plakette im laden angetroffen werden dann haben wir folgende möglichkeit dann können wir sagen wenn uns jemand fragt was bedeutet denn das nein dann können wir sagen gegenfrage stellen gegenfrage was könnte es denn bedeuten und wenn nichts kommt dann könnt ihr hinterher schieben sind sie mit allem zufrieden was hier im land läuft oder gibt es da sachen die ihnen auch gegen den strich gehen merkt ihr dann könnt ihr die menschen auf diese weise herausfordern das war jetzt der tipp vom koalikationstrainer da könnte sie herausfordern können dann plötzlich kommt jemand und sagt ja also ich finde das mit der migration nicht in ordnung und dann könnt ihr mit ihnen ins gespräch einsteigen seid ihr dazu bereit ihr lieben ich danke und jetzt machen wir noch haben wir noch zwei minuten nein nicht mehr also dann lassen wir jetzt heute das Lied weg beim nächsten mal wieder danke dass ihr da seid ihr lieben wenn dir das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen hoch freuen wenn dir mein kanal gefällt würde ich mich über ein abo freuen und hinterlasse einen kommentar ich lese alle kommentare wenn du mich unterstützen möchtest alle infos unter diesem video abonniere ich mich über einen